ok hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ob ich glück oder können bin jetzt wenn ich versuche mich in minecraft mörder ich habe keine ahnung ob es klappt lass dich überraschen ich glaube ich muss hier rein ich habe keinen plan so ich muss die hand frei machen ja hier mörder mystery classic ja ja klar wir gehen auf mörder mystery classic und lustig sind so gut da drin ehrlich ist jetzt einmal an versucht anzuspielen mein partner jungen hat aber nicht geklappt wir waren in verschiedenen lobbies sind wir wieder rausgegangen also ich habe keinerlei erfahrung das turmhaus ist auch nicht meint aber ich würde schon immer mal mörder müsste spielen auf jeden fall rolle unschuldig scheiße das heißt wir müssen gold sammeln ich auch gold gold das gold das gold hat auch noch mal gold ich brauche zehn gold mich zu verteidigen oder sterbe gleich eins von beiden kann man reingucken nö ich liebe mörder mystery ich gucke es gerne bei paluten und da ist bei dem freedom squad ich bin ja von den jungs sehr inspiriert auch mit meinen kanälen meinen videos mit meinem kanal meinen videos und ich habe das schon immer gefeiert was sie gespielt haben nur das turmhaus ist gar nicht meins leider ist ja aber nicht controller steuerbar bestimmt gleich getötet ich höre doch schon dass leute klatscht werden oder gold 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 sehr schön zwei münzen eigentlich vier gold auch münzen doch keine ahnung wenn ich gold in hand halte bin ich unschuldig keine ahnung ich mach es mal ok kann man hier drüber springen ja also ich nicht für zombies ich brauche gold aber hey ich bin doch im leben ist sehr schön ich hab's nicht scheiße ich habe schon jemand weggeklatscht ich bin so gut da drin hier durch nö misst dich laufen kreis ich kenne ich mal die karte lassen mal paluten und kodi karte gespielt haben ich glaube nicht lasst mich bloß am leer gold gold mein gottes klatscht und einer gleich einen weg hier ja gold 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 mein gold da hat mich getroffen war das der zombie zombie villager nein nicht da hochgefallen ich runter die karte die hilfe warum leben noch leute hat mich jemand geschlagen gibt es kein mörder was das für eine runde gut einer ist gestorben okay sehr schön oder rausgegangen verlangen weil ich weiß es nicht einfach bei denen das goldene hand ich baue noch viel gold jetzt soll es denn mörder warum lässt sich so viel zeit okay passiert nichts immer nach oben überlebt kriegt man münzen und mit dem münz kann man was machen okay ich brauche noch drei noch drei da noch zwei ja noch ein rein rein noch ein oder übers hinter mir oder schon ein gold bahn da kann ich einmal schießen ich bin zwar schlecht und mit tastenturen maus aber ja gut ich bin sowieso auch mein kopf ein bisschen schlechter mit viel und schießen ja 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 was macht die karte wer zähl ist der mörder sohn ist drei gekillt du gewinnst ich glaube das ist der vorraum zur runde 2 kann das sein ja ne ich habe wirklich keine ahnung ich will zuerst mal mörder und ich wollte unbedingt für mein video machen ich feiere mein kopf vielleicht mein partner auf mein kopf gekommen und ich war ja sehr wir sind schon im game drinnen rolle unschuldig nein und hyperpixel hat ja hier die typischen games die karte kenne ich auch von paluten und co kurz geleckt ich brauche gold ja der mörder kriegt gleich das schwert weg ein bisschen das normal hyperpixel oder so bin ich auch cool also die karten feiere ich total ich weiß ich bin ein paar jahre hinterher mit minecraft aber ich habe bock drauf ja ich habe auch erst letztes jahr angefangen mit minecraft eigentlich bedrock war nicht geholfen und was war das und ich und tastatur maus das gibt gar nicht das ist so unkompatibel gold 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 das habe ich auch beim rennen ist das normal ich drücke mehrmals die w knopf und dann macht es so eine komische bewegung ich habe keine ahnung ich bin in minecraft also es schlimm ist ja ja war ich fange ja auch jahre wieder an durch oder fangs an komme ich nicht hoch durch meinen partner jungen weil der unbedingt java spielen will der will alles gerne auf das tour maus machen ist auch coole sache er ist jung er hat das gelernt er kann es ich nicht konsolen controller und konsolenspieler man soll ich für die langeweile aber ist mein erstes video ich werde dann in den nächsten videos ein bisschen mehr nur das reinzunehmen wo es wirklich ein bisschen action ist ich komme nicht rein das auch mein problem habt ihr gesehen ich zucke mit der hand und schon bin ich irgendwo weil meine maus ich bin controller spieler ich brauche ein kontroller alter aber hey wenn mein partner jung für euch versuche ich mit was zu tun maus ist doch kein problem sie ist jetzt einer gestorben gold 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 und ja sehr schön ich hoffe der sound ist auch okay vom spiel und so ich weiß nicht was ist das hier das sind die haken genau wie Bei Java, ich konnte schwören, bei Bedrock kann man Nö Was ist das? Egal Es war Papier, ne? Gold Bei Bedrock kann man zum Beispiel auch einen Sattel craften, glaube ich Und bei Java musste ich den angeln Beziehungsweise Erkämpfen oder oder Und ich habe mich fürs Angeln entschieden Habe ich eine, halb Stunde geangelt, um zwei Sattel rauszukriegen Alter, war das geil Aber ich habe eine Angel bekommen, die Reparatur hat, also mit der Sache Die behalte ich erst mal ein paar Jahre Boah Hallo Hallo, du kannst dir mein Pferd drauf Was machst du hier mit deinem Pferd? Das ist kein Blatt zu einem Pferd Guck mal, die Sonne geht unter, oh, die Zombies kommen Und die Monster, nein Kann man das einschlagen? Nö Gerade Ähm, ja, ist eine komische Runde Ich weiß nicht, also irgendwie läuft nicht Ah, man kriegt hier keinen Fall Schaden Oh, ist das geil Ich brauche Gold Gold Noch fünf Stück, komm schon Ich weiß Okay, okay, okay Ich bin in der Gruppe drin Ja, wir haben Mitspieler Hey, ich weiß nicht, schon mal Na, eigentlich schon wieder dieselbe Karte Macht nix Diesmal Eine Chance von zwei Prozent auf den Mörder Das ist nicht viel, oder? Ja, und bin ich schon wieder unschuldiger Oh man, mein erstes Mördervideo auf meinem Kanal Oh nee, ich bin schon wieder Gold Mein Gold Das war mein Gold, du Saugebär Okay, wir sind gleich tot, weil der Mörder mit dem Schwert uns wieder tötet Ich brauche Gold Ich habe Gold Ein Gold, ein Gold Das meine, ich mache so eine Bewegung So eine Rückbewegung Und ich weiß nicht mehr, wo ich bin Ich und Maus Geht gar nicht Gold Wo bist du? Ich brauche noch neun Stück Neun Stück Wo seid ihr? Münzis Das sind ja keine Münzen Das ist Gold Ja, das war alles Ich bin aber nicht getötet Ich bin nur Gold Nicht, dass ich mich mit dem Bogen verteidigen kann Aber wäre schön Nein, 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 nein Weißer Superman, geh weg Nein Nein Und welche Karte haben wir jetzt? Ja, oh, ne Weihnachtsmap Die kenne ich noch gar nicht Glaube ich überhaupt nicht, oder? Wir sind auf ne Weihnachtsmap Wir starten gleich Oh, ist das schön Und scheiß Mein Club Hätte ich vor Jahren nicht gedacht Aber bis ich damit angefangen habe Ist eine coole Ist wirklich cool Mein Club macht wirklich fun Das Baum macht mir persönlich fun Ich bin nicht sehr gut da drin Aber egal Und mein Club Mörder finde ich eigentlich sehr stark Aber naja Ich bleibe nicht lange am Leben Und bis jetzt war ich nicht einmal Mörder In meiner ersten Folge Ich spiele aber gerade zum ersten Mal überhaupt Mörder Nein Ich sehe nichts Wo Ja, elf Leute Geil In der Runde können wir was machen Ah, cool Die Karte kenne ich auch Noch nicht Nice Finde ich schön Vielleicht bin ich jetzt mal Mörder Wäre ganz lustig Weil als Überlebender Und dann sterben Ist auch nicht schön Aber warte mal Bin ich schon Nee, wann jetzt kommt es erst Ne? Wolle unschuldig Nicht schon wieder Oh, Gold, 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 Gold Gib mir das Gold Gib mir das Gold Oh Nee, die Karte kenne ich glaube ich nicht Achso, okay Ich dachte schon Kann man hier hoch? Ja Wolle unschuldig Wolle unschuldig Ich liebe auch Minecraft Seinen neuesten Seit mir Ja oder so Oh Oh Wer hat jemand umgeklatscht? Hier auf jeden Fall nicht Der Oder der Der ist Nein Okay Jetzt nicht So Gold Ich war einfach Springer runter Gold Nein, nein, nein Geh weg von mir Noch mehr Gold Ich will noch mehr Gold Ich bin noch mehr Oh mein Gott Irgendwo in der Nähe ist der Mörder Warte was Der Bogen wurde fallen Ja Okay Das hängt ein bisschen Es sieht aber gut aus Wir sind genug Leute Waren eben nicht schon Auf der Karte Ich denke schon Ja, ich glaube ja Okay Ich habe ja gut verloren Auf der Karte Ist nicht schlimm Ich übe ja noch Mein Kopf Mörder Ich bin ja noch nicht mal Mörder Ich bin ein Überlebender Und dafür bin ich einfach zu schlecht Hier team Boah, ich habe mich gerade schlocken Ich dachte, das geht hoch Nicht schon wieder unschuldig Mann, das ist mein erstes Minecraft Mörder Video Hier auf meinem Kanal Ob wir Glück oder können Wenn das will nicht vergessen Ich begrüße euch immer hier auf meinem Kanal Ich bin Ob Glück oder können Und glaube gleich wieder tot Ach, die ist noch nicht so weit Okay Hey, jetzt war mal Gold Es wird auf jeden Fall noch mehrere Folgen kommen Ich werde vielleicht auch gucken Nach Bad Wars Und was es sonst noch gibt Vielleicht gibt es auch Mario Party Bei Hyperpixel Ich weiß es nicht Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Videos bringen Ich dachte schon, der kippt mich an Yo, dreimal Gold Viermal Gold habe ich Viermal Viermal Nicht töten Nicht töten Ich mag es Auch wenn es leider Tastatur und Maus ist Was mich so ein bisschen ärgert Ist das ein Fahrstuhl? Äh, nein Boah Ne, ich dachte es ist Gold Ja, Gold ist schon Aber kein Gold Nugget Wow Okay Nein Okay Er hat das Gold dienen lassen Was ist ein Pilz? Ich dachte es ist Gold Verdammt Ich brauch da noch fünf Stück Ich brauch da noch fünf Stück Was ist das? Erfolg freigeschaltet Geschichte gelöscht Was ist das? Erfolg freigeschaltet Geschichte gelöscht Ich dachte, er kommt zu mir Hä? Ich kenne mich mit Auszeichnung Hier nicht aus Was bedeutet das? Boah, Gold Nugget Stop Hier ist das ein Spinnenswarner Was ist das denn? Sie töten uns Was ist das denn? Hä? Okay, ein bisschen Action Wer hat den Spinnenswarner aktiviert? Los, alles drauf da Wo ist der Mörder? Töte die Spinnen Ach du Scheiße Alter, die Ecke ist nicht mehr gut zum Verstecken Ah, hilfe ich drücke natürlich die falschen Knöpfe Wie immer Ah, ich hoffe, er hilft Gold Oh mein Gott Nein Aber ich werde gleich vom Mörder geklärt oder von der Spinne Ich weiß, aufladen lassen Aber ich denke, mehrmals Trau fahren ist besser Das ist Oldschool halt Ne Du gewinnst Warum? Der Mörder wurde gestoppt Yo So kann man das Video beenden Sehr schön Ich würde gerne mich von außen zeigen Ich weiß nicht, ob der Tastatur Wie ich da oben stelle Ich weiß nur auf Controller Also bei der Bedrock Vision Bei der Java habe ich keine Ahnung Man Mörder Mystery Wir haben Mörder Mystery gespielt Hey Minecraft ist wirklich eine coole Sache Ohne Scheiß Minecraft ist so cool Ähm, ja Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Ich war als Unschuldiger Ich bin mehrmals gestorben Ja, zweimal hat mein Team gewonnen Ich habe nicht dazu beigetragen Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Wenn ja Lass den Abo da Aktiviert die Glocke Schreibt es in die Kommentare Und liked das Video Und ich wünsche euch noch hier mit ein Schön Äh, das bin ich Äh, können wir einer Also wenn einer das Video sieht Und weiß, wie man ein Skin macht Warum habe ich nur vorne Farbe Und hinten nicht Ich habe so einen Skin Editor gefunden Der für, äh, Dummies war Und ich habe hinten keine Farbe Nur vorne Egal Das ist mein Skin So sehe ich aus Hallo, 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 hallo Okay, ich wünsche euch hiermit einen schönen Tag Einen guten Morgen Und einen noch besseren Abend Ich bin hiermit raus Peace Bis zum nächsten Mal